Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Lege genau zwei Streichhölzer um, damit die Gleichung stimmt. 3 minus 72 ist gleich 36. Diese Aufgabe habe ich von einem meiner Zuschauer geschickt bekommen. Klicke kurz auf Pause, bearbeitet die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht, ein Abo da zu lassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wir nehmen diese beiden Streichhölzer her und bilden ein Malzeichen, denn 3 mal 12 ist 36. Schreibt mal in die Kommentare, wie lange ihr für die Lösung gebraucht habt. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich bei all meinen aktuellen Kanalmitgliedern bedanken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.